Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karsustal. Mein Name ist wie gewohnt für die Kars und heute fange ich an. Ich fahre für euch die Kukapasstraße und den Kukapas hinauf. Der Anfang der Kukapasstraße ist ein Beach in einer kleinen Gemeinde hier an dem Fluss, wo er wird. Da verhindert die Kukapasstraße. Auf ca. 700 Metern sind wir hier. Und es geht natürlich weit hoch hinaus. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020